Die zu veräußernde gut gepflegte 4-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Münster. Das im Jahr 1960 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Das Objekt befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über vier Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette sowie einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 94 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 289.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020